Du weißt, was los ist. Du hast gesehen diese Arbeit, ich habe nichts gemacht. Ich stehe wie ein Mann vor dir, wenn du willst. Mann gegen Mann, eins gegen eins. Ich kämpfe gegen mich, egal wo du willst. Ich bin kein Türke. Ich bin ein Kurde. Ich kämpfe gegen dich, egal wo du willst. Ich hoffe niemandem, von niemandem. Wenn ich will, ich komme her, ich nehme deinen Laden aus, ich nehme dich auseinander, ich nehme deinen Laden auseinander. Ich nehme dich auseinander, wenn ich will, glaub mir. Ihr steht hier nur so breit, weil hier Kamera steht. Mein Bruder hat hier diese Laden, hier, so, in den Arsch gefickt hier. Hey, vergiss das, vergiss das. Hey, wieso, ich soll stark verboten werden. Scheiß drauf, komm. Was heißt das? Ich drohe dir nicht, Lach. Ich drohe dir nicht. Ich verliere dich trotzdem, glaub mir. Ja, du kannst lachen. Du kannst lachen, wenn du willst, glaub mir. Lach wie du willst, Alter. Ich sag dir, ich brauche für dich ein paar Minuten. Glaub mir, egal wie breit du bist, das ist mir egal. Glaub mir, ich bin kein Kind, also ich geh nicht. Ey, ich geh nicht in die Grundschule, verstehst du? Ich brauch für dich ein paar Minuten, nicht länger. Ich hab's dir gesagt, lach nicht so dreckig.